so jetzt aber ich muss lesen nein ich will aber nicht ließen ist böse nächsten ist das omen des todes das ist eher kack das war ein guter versuch darf ich nur nirgends hängen bleiben da hoch nein warum bist du nicht schneller geflogen roboterleinchen warum tust du mir sowas an ich hab ihn grad gestreichen reicht niemals ich mich mal und ich kratz mich mal kurz was ich nicht schwer finde ich nicht in den lästern zu kommen ich finde die zeit schwer da schon wieder war angestoßen ne kacke kurze aufnahmepause ich muss kurz unfähigen menschen helfen einen fußballstream zu gucken bis später schon mein vater lacht und da sind wir wieder Tempelhausgamer ja eben zum thema fußballstream oben alles gelöst ähm da war irgendwas komisches im virenprogramm das ein virus gemeldet habe ich aber hinbekommen was auch witzig war mein mein onkel so ja da muss man alle zehn minuten irgendwie in die maus bewegen und dann iso du onkel das bildschirmschone ach man manche von unserer alten generation haben aber noch nicht so viel computerwissen ab und naja da werde ich das noch nicht nehmen als wenn das teil vorbeizt hoffentlich komme ich jetzt hier wieder rein und jetzt run forward run forward warum leckt das jetzt run forward ich hoffe ich es nicht mehr weil ich da oben hängen geblieben bin am hell leckten das jetzt so ich verstehe es nicht egal ich hoffe ich kriege das heute noch hin da geht es ja wirklich um schnell warte mal ich glaube das geht das geht es mit WSAD echt besser warte geh mal weg game controller weil du da sich schneller bewegen kannst weil ich mich warte mal ich guck mal kurz warum das so leckt bis gleich ich hoffe dass es jetzt besser ich gehe jetzt einfach mal eier doch nein doch vielleicht ok rein 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 jetzt geht es ja mit WSAD bin ich dafür oh warte jetzt weiter mit WSAD bin ich da noch nicht viel besser bedient ok gut WSAD war eine gute entscheidung patrick ok wo müssen wir jetzt hin ok hier werde ich nicht rein können oder verstehe ich das richtig dass ich da der Raum oh nein dreht sich da der Raum ok ich komme nur oben wieder raus aber was soll ich das mit dem Rätsel ich guck jetzt erstmal was hier geht ok hier ist nochmal so ein Teil sind hier irgendwo noch warte mal da unten kann man ja oh nö ich musste wahrscheinlich durch die Rohre leiten ok gut aber 10 FPS grad machen mich ein bisschen ich komme ich in da hoch wie kann ich überhaupt irgendwas machen wenn da geht es ja nicht durch da ist ja schule die zu hier unten bringt mir auch nichts weil hier ne Barrikad ist dass ich kein zeug wieder military ok ob fearless geht da oben noch was ja was musiken ich habe nichts ist bewusst dass ich hier nichts habe ich habe ja nichts ich habe keine spiegel und nix also ich habe die mal wieder übersehen klar das muss wahrscheinlich in das rohr irgendwie unten rein da ist der stromkreis nicht mehr geschlossen ich gehe mal davon aus dass beide stromkreise geschlossen sein müssen aber weg aber ja ja das ist mir klar aber ich kann ja nichts irgendwie umlenken weil ich ja kein spiegel und nichts habe also was ich machen muss ich mir schon klar nur das wie kommt mir gerade nicht hin sind weil ich ja keine keine spiegel habe und ich haben wir hier nicht gerade wassergeräusche egal kann es sein dass ich immer nur grund auch windows media player offen habe wo ich ja habe ich okay dann würde ich sagen muss ich das gut fließen weil das ist meine aufnahme von vorher ja 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 so jetzt haben wir hier nur noch einmal sound okay gut weiter überlegen ihr habt einfach nichts gesehen ihr habt einfach nichts gesehen hab's also habe es wahrscheinlich okay das mal überlegen wenn ich den hier einwurf dann kommt er da wenn ich den hier einwurf dann kommt er da raus oder ist nicht das bringt uns nicht viel wir brauchen den eigentlich hinter den laser hinter den laser hier kommt er hier raus das bringt uns ja nicht viel wenn ich hier ein wof dann kommt er da raus und da ist wohl hier drin nein halt warte mal oben ist doch noch ein rohr wie kommen wo komme ich da hin ach da kommen die teile raus aber hingehen tut es dann nirgends ja aber ich komme ja so gar nicht weiter ich meine hier wird ja direkt genau das ist nämlich das da ich hätte eine idee ich muss den stromkreis um das fps geht gerade wieder ich muss den stromkreis glaube ich selbst unterbrechen während die bombe fliegt also da muss ich ja klar ja klar ja klar ja klar 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 nicht getroffen warum schnell ok da muss ich mich ziemlich bein weil danach fliegst du glaube ich von rot zu rot bis sie dann da ist am besten wäre ich bin hier und fliegt dann gleich direkt nach da oben dann muss ich nämlich hier vorbei und danach alter das ist ja das ist ja stressig was ich hier machen muss jetzt schnell das ist jetzt hier gerade voll voll die quicktime events hier da da das war zu früh so langsam fliegt der doch gar nicht dass ich da noch hoch kommen ja let's try it out babies so will i am in britney bitch jetzt geht doch da was mache ich eigentlich lass es unten explodieren alles ist okay mal mal ja das wird ein bisschen mehr folgen und ein bisschen längere folgen let's in die freut mich ich mache das spiel gerne baum ich muss sofort ich muss sofort sobald das teil weg ist nach oben ich darf da nicht warten ich darf es nicht ich darf es einfach nicht ich darf da nicht weg aber ich darf da nicht weg aber ich darf da nicht weg aber oh ich komme da doch niemals schnell genug zu dem teil da drüben ok ich finde es witzig wie ich letztendlich meinen vater mir in der aufnahme lasse ich möchte ihn demnächst sowieso mal in einem special bringen mal gucken aber egal wenn er da dann muss ich so so aber eigentlich müsste ja was hin ne aber ich hab ja nix ich hab ja nix ich bin arm ich kann nix ne es ist nicht witzig arm zu sein ich weiß Gott sei Dank nicht wie es ist weil wir eigentlich in einen ziemlich guten Mittelstand haben oder fast schon mehr also fast aber ja wir geht es gut ich meine ich habe hier einen PC ich habe hier G35 ich habe ja alles was ich brauche ich habe Freunde ich habe Freunde ich bin kein Outsider ja ich habe zwei Freunde Erik und mir nein das stelle ich mir sehr tricky vor sehr sehr tricky 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 flieg flieg und so viel zum und sieg es kommt früher noch mit weshalb zerstört ich habe mit dem uns wirklich deutlich leichter gehen ja mich selbst hinterher nehmt es hat es gerade nicht besser was in dem gut wurde ich cool ab und weshalb ich erst einfach mehr Gleiter Gleitest du besser ach das ist trotzdem okay gut ja winning was ist hier ich werde geiler Hintergrund okay gibt es hier irgendwie eine vorlage okay ich muss es okay 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 ich brauche warte mal wie könnte ich ich teste jetzt einfach mal was aus ich weiß nicht mehr was ich machen muss ich teste jetzt einfach mal was funktioniert wenn ich das hier blau mache auch okay also das muss blau sein oder nicht